Bornac Fallstopp Safety Fallstopp Set Elevator Das Anseilschutzset zur Sicherung von Personen bei der Arbeit im Aufzugschacht und auf Aufzugskabinen. Das Set besteht aus dem Auffanggurt Stripe Basic Click Light und Bornacs Boot, dem innovativen Höhensicherungsgerät mit Memory-Funktion. Eine Anschlagschlinge dient zur schnellen Realisierung eines Anschlagpunktes. Alle Setbestandteile werden in einem Gerätesack geliefert. Die Komfort Schulterpolster gewährleisten auch bei langen Tragezeiten einen hohen Tragekomfort. Klickverschlüsse auf Brusthöhe und an den Beinschlaufen ermöglichen, dass der Gurt schnell und sicher verschlossen werden kann. Das Höhensicherungsgerät ist fest mit der rückseitigen Auffangöse des Gurtes verbunden. Ein Bandfalldämpfer bietet dem Nutzer zusätzliche Sicherheit. Der Schieberegler ermöglicht die stufenlose Längeneinstellung des Gurtbandes. Wird die Auszugslänge auf zum Beispiel 1,5 Meter begrenzt, ist das Gurtband auch nur auf diese Länge ausziehbar. Das Höhensicherungsgerät rollt sich eigenständig auf und ab und verhindert so die Bildung eines Schlafseils. Die Auszugslänge kann jederzeit während des Arbeitsvorganges korrigiert werden. Wieder blockiert das System bei der gewählten Distanz. Bei ruckartigem Auszug, zum Beispiel einem Sturz, blockiert das System sofort. Bei jedem Auszug des Gurtbandes wird maximal die eingestellte Länge erreicht und verhindert somit präventiv einen Absturz. Die Längeneinstellung des Gurtbandes erfolgt stufenlos zwischen einem Meter, 1,5 Meter und maximal zwei Metern. Zur Verwahrung wird das Boot mit dem Karabinerhaken in die Parkschlaufe eingehängt. Fallstopp Set Elevator. Perfekt abgestimmt auf die Arbeitsbedingungen im Aufzugsschacht und auf Aufzugskabinen. Bornak. Oben bleiben.